Du bist die Kraft, die aus Liebe, Wunderschaft. Sei herzlich gegrüßt! Schön, dass Du wieder in Arnigs Welt vorbeischaust. Wie in meinem Kanal angekündigt, haben Falco vom Kanal Heilung im Einklang mit der Seele und ich eine Gruppensession für Euch durchgeführt. Zusammen waren wir bei einem Dolm und haben die wunderbare Dolm-Energie zu Euch gesandt. Und wo ich Falco schon einmal bei mir hatte, haben wir die Gelegenheit genutzt und zusammen ein Interview aufgenommen. Herzlich Willkommen, lieber Falco! Hallo Anni, vielen Dank! Schön, dass Du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Dir beim Dolm die Energie zu senden. Ja, es war eine wundervolle Zeit beim Dolm, ein sehr kraftvoller Ort. Ja, und auch die Energieübertragung hat hervorragend geklappt. Ja, das empfand ich auch so. Auf jeden Fall eine schöne Energie gewesen. Und die Resonanz darauf war auch klasse. Danke an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank, auch von mir natürlich. Falco, Du bist in verschiedenen Sektoren der Energiearbeit unterwegs. Was bietest Du den Menschen alles an? Bei mir gibt es hauptsächlich heilsame Energiearbeit in Form von Reiki und anderen Energiesystemen. Auch Seelenreisen und viele Lesungen, Kaffee lesen, Handlesen und natürlich Kartenlegen mit verschiedenen Decks. Das ist interessant. Wie viele Decks benutzt Du? Am liebsten benutze ich Tarot, aber auch Lenormand Kippa mag ich gern und Skat-Karten. Ja, Lenormand finde ich auch ganz klasse. Und auch die Kippa-Karten, ja, die geben immer so großen Aufschluss darüber, was gerade im Leben passiert. Ja, ein schönes Deck. Ja, und ganz neu hast Du auch eine PDF gemacht. Ja, genau. Du spielst bestimmt von der Kaffee-Lesen-PDF. In meinem Kanal kann man ja öfter mal welche finden. Aber genau Anfang Oktober kam jetzt meine Kaffee-Lesen-PDF, beziehungsweise mein Handbuch raus. Das sind fast 40 Seiten geballtes Wissen über Kaffeesatzlesen und wie Du es auch als Anfänger einfach lernen kannst. Ja, es ist ohne viel Blabla, beziehungsweise hat es gar kein geballtes Wissen und in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Also Du musst nicht alles auf einmal lesen und Dir nicht alles auf einmal merken natürlich. Stück für Stück kannst Du so entspannt werden, mit verschiedenen Sachen anfangen und Dich einfach durchforsten, wie es Dir gefällt. Ja, das klingt interessant. Und ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen, Deine PDF zu lesen. Klasse, vor allem Deine kleinen Tricks, die Du da anwendest. Was man noch so machen kann, habe ich noch in keinem anderen Buch über Kaffeesatzlesen gelesen. Ja, also ganz klasse. Ich kann Euch diese PDF nur wärmstens empfehlen. Ja, also ich bin begeistert. Das freut mich. Ich hoffe, Dir gefällt auch meine Kaffeesatzlesen. Ja, natürlich. Sehr aufschlussreich. Super. Dankeschön. Ja, übrigens bietet Falko auch Kaffeesatzlesungen an und ich auch bald. Ich muss noch ein bisschen üben, aber dann bin auch ich dabei und biete für Dich Kaffeesatzlesungen an. Ich freue mich sehr für Dich, Anni. Ja, wir beide haben ja auch noch ein ganz anderes Projekt zusammen. Ja, genau. Du sprichst von unseren Subliminals. Die gibt es auch bei uns für Euch mit Euren eigenen Affirmationen unterlegte Musikstücke von Anis Produzenten. Ja, also Ihr bekommt ein eigenes Musikstück bzw. Eure eigenen Affirmationen unter Anis Musikstücke. Ihr habt jetzt die Auswahl unter zwei, aber sie wächst stetig. Und dann arbeiten wir gemeinsam die Affirmationen für Dich aus, die für Deine Situation passend und hilfreich sind, wo Du neue Glaubensansätze integrieren kannst. Und diese werden dann von Anni eingesprochen und die Frequenz der Worte wird unter die Musik gelegt, die Du Dir natürlich auch vorher aussuchen kannst. Und dann, im letzten Schritt, hast Du noch die Chance, Dir eine Frequenz auszuwählen, mit der die Musik unterlegt werden soll. Also 528 Hertz, 432 Hertz. Ganz egal, was Du möchtest, kann Anni das dann professionell darunter spielen. Und Du bekommst dann das Musikstück per E-Mail zugeschickt. Ja, für dieses Angebot haben wir sogar einen extra Komponisten, der mit uns zusammenarbeitet und die Musikstücke von sich aus erstellt und erarbeitet an weiteren Kompositionen für Dich. So, dass nach und nach eine größere Auswahl entsteht und Du hast eben halt die Möglichkeit, aus verschiedenen Musikstücken Frequenzen und Affirmationen zu wählen und für Dich den größten Nutzen in Zusammenarbeit mit Falko daraus zu ziehen. Ja, genau so ist es. Es stehen uns da wirklich keine Steine im Weg, damit ist alles möglich, um zu erreichen. Denn wenn Du die Glaubensansätze in Dir dann mit neu integrieren kannst, also dass Du dann neue positive Glaubenssätze integrieren kannst, kann Dich in jeglichen Lebensbereichen weiterbringen, Blockaden lösen und alles ist möglich damit. Ja, dafür sind wir beide bekannt. Absolut. Ich wollte jetzt keine Werbung für Toyota machen, aber alles ist möglich. Klasse. Vielleicht kriegen wir auch von Toyota noch. Ja, eine Kooperation, das wäre doch was. Dann schauen wir mal. Ja, also wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn Du Dich entweder bei Falko auf Telegram meldest oder bei mir. Wir werden Dir dann Deine persönlich erstellte... Musik schicken. Ja, melde Dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Dich und sind auf jeden Fall da. Es dauert ungefähr eine Woche. Also ich beeile mich natürlich, die Affirmation auszuarbeiten, aber der technische Part braucht auch noch etwas Zeit und darum solltest Du ungefähr eine Woche einplanen dafür. Und dann hast Du Deine fertigen Subliminals in den Ohren. Ja, ganz für Dich allein. Wichtig ist es natürlich, das Ganze auch mit Kopfhörern zu hören. Genau, das sollte auf jeden Fall nicht vergessen werden, damit es auch richtig vom Gehirn aufgenommen werden kann und dort optimal ankommt, die Musik. Da es dabei wichtig ist, dass es gleichermaßen von links und rechts kommt, damit beide Gehirnhälften es auch gut aufnehmen und integrieren können. Nächstes Mal oder in den nächsten Wochen könnt Ihr dazu vielleicht noch mehr hören von Anni und ihrem Komponisten. Ja, ich habe herzlichen Dank, Falko, für dieses informative Video. Ich danke dir. Und für all das, was Du bist, was Dein Sein ausmacht und was Du anbietest. Wahnsinn, Wahnsinn, ich bin begeistert von Dir und Deinem Können. Ich habe herzlichen Dank und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zusehern und Zuhörern dafür, dass sie wieder in Anis Welt reingeschaut haben. Von mir auch herzlichen Dank, Dir auch, Anni, vielen schönen Dank und bis bald bestimmt. Tschaui! Tschaui!